Okay. Oh gut, bleib so. Endlich. Es gibt ein neues Art in Fortnite, es heisst Tomato Temple. Nein, spiel mal Teams. Hab keinen Bock, hab keinen Bock, wo ich spiele. Okay, spiel mal Teams. Ja. Mach aber auf, dann sind wir wenigstens zu dritt. Na. Hä, warum nicht? Weil ihr habt keine random Mates. Vielleicht schaut Noah, vielleicht schaut Noah. Schaut da. Ja, ihr habt null Zuschauer. Schade, schade. So. Dominic, wirst du heute Tivoli? Es regnet. Ey, die Treppe ist weg. Es hat davor geregnet. Und ich bedanke mich beim Busfahrer. Du willst Tivoli gehen und es hat davor geregnet. Ja. Dominic, bedanke dich beim Busfahrer, sonst kriegen wir keinen epischen Win. Dominic, du musst dich bedanken beim Busfahrer. Hallo? Ah, du bist schon rausgesprungen. Schade, weil man kann sich jetzt beim Busfahrer bedanken. Alexa, gell? Ja. Ja. So längst. Zeit, den neuen Update. Ja. Tomato Temple ist voll, nice. Da liegt ne Skars. Oh, was ist das? Na, das ist ja LMG. Nein, 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 nein. Jopska. 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 Hast du Sturmgewehr, Moni? Ich hab nur 20. Nein. Ich hab nur 20. Bitte lass mir die Munition. Ich brauch halt Sturmgewehr, Moni. Oh, da, Munitionsgeschichte. Die ist jetzt natürlich weg. Dominik, hast du mittlere Patronen? Dominik? Hast du mittlere Patronen? Hast du mittlere Patronen? Okay. Oder ist der Tomato Skin? Hast du Magen? Okay. Dominik ist gut. Wo, wo, wo? Ja. Alex, du überlebst nicht lang. Ich weiß. Ich versuch das. Und du hast das gar. Finish! Finish! Nein. Nein. Beide waren low. Tomaten Skin habe ich nicht einmal angehittet. Na? Was redest du? Du bist so wie der Avive HD oder was? Was wieder? Der YouTuber Avive HD oder FIFA. Der sagt auch, dass der Domatenkopf der schlechte Skinner ist. Ist er nicht, aber er ist schlecht. No. Wie findest du die neuen Skins, Dominik? Musa. Kannst du dir das nicht? Dann ist er nicht. Das ist er nicht. Was ist er? Was ist er für den Skins? Das ist kein Tee. Du bist ein Tee. Du hast eine Tee. Du hast eine Tee. Du hast ein Tee. Du hast dir das Koffe. nach ich habe mir vielleicht kommandos können und nie geil aber ich glaube eher nicht weil lieber darauf bensken wenn es kein gut nie kommen doch ja vielleicht nur eine milliarde wie bugs kauft 2000 wie bugs beim busfahrer bedanken zum stiegen mal keinen win ja da doch mal nicht bedankt sich nicht ja deswegen gewinnen wir auch mit oder erstellt halt ja da musst du leider sterben weil du weil der busfahrer wird die zum fahrst du musst du musst ein pfeil nach unten drückt also dass ich das ist doch bedankt er hat sich bedankt wenn das die rausgesprungen weil er nicht wusste wie man sich bedankt und bevor wir sind bedankt lassen busfahrer nicht rausspringen pass auf da kommen welche zu dir wo die küsse ich weiß da unten ist einer ich brauche hilfe doch definitiv hilfung wirst du aber man kann denen ich kann dir nennen 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 da kommt ja du bist ein bisschen dominik helfen ich freue mich schon so ja ja bei mir kommt der freund er heißt los er heißt nicht wenn ich habe keine waffe ich habe keine waffe ich kann einfach schafft man danke danke dass du da bist oh mein gott da oben ist irgendwo auch eine waffe kann ich die pistole ja schau du bekommst hälfte munition schnell da der rocket launcher gehen wir high ground safe oh mein gott schießt du ja die folgt die folge dahinten baust du da was ja ich da drinnen mit rocket launcher wo ist der wo ist der hinter dir da wo heißt high school trooper der archetyp halt auch mit school trooper wenn die der fenster gebaut was auf jetzt könntest du hier in viel online von hinten ich habe nur ein hp gehabt wegen rocket launcher kommt der freund echt zu dir ja 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 warum hat auch meine mutter gesagt kann ich mir nur mama ok der da los kommt zu mir wenn er je geht seine playstation zu also ausschalten will weißt du was er dann sagt ich muss zu machen er will seine playstation zu machen er sagt so ich muss zu machen und dann mache ich sie wieder auf kommen wir glück bereit ja danke sagt was 2 ich hoffe dir kauft ja bei season 6 werdet ihr was ja season 6 ich weiß dass season 6 kommt da kommt da kommen solche solche piraten damit alles wasser ja das haben sie gesagt ja das haben sie auch gesagt für sie sind 5 aber es wird so geil wenn piraten wie kann man das so gut vorstellen sonst gehen mit enden mit so mit so einem halben arm und so hey tomatenkopf gehen weg mit dir weg schlagen 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 blieb ich bedanke mich bedanken sonst gewinnen wir gehen to the temple hama dort haben zu kürzisch wir müssten verehren die tomate stelle vor wir haben einen kasten server ihr ladt 100 leute ein und alle 100 leute machen und alle leute 100 leute ganzen einen tanz warum springt der dominik nicht aber warum hast du und scheinen im tivoli in tivoli du musst ja eigentlich nur in der nähe halt so durch frühe gesagt dass er bei mcdonalds wohnt ja ok darum mit du aber ja aber nur ja 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 nur darum da war nicht nur darum ok bei dieser schweiß habt denn ja wie viel abwärts gehabt da war ja 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 wie man hätte mit pistole gegeben und dann einen normalen schuss aber ich denke er hat etwas getrunken ich weiß nicht ob blickschüge oder minischüge was für eine scheiß lorenz schau wo ich bin vorbein her wie wirst du da hinkommen ich bin mit jumpit geflogen und dann bin ich einfach auf dem baum auf dem baum ja 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 finde ich ihn dann über ein schuss nummer einschuss hallo 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 Zahl die sollen jetzt darunter kommen du bist das 王國 noch schnell unten unten und die holen zwei leute aber ich hab drei niedergestreckt drei mann warum und zwei von denen hatte ich nicht mehr gestreckt einer hat immer mit seiner mit seiner statur hat er immer so gespielt er hat seine finger zusammen dann so wie er braucht hat immer so dann geht er auch nach zur bambusleitung hat er ist in fortgange und dann ist am ende an ende der weltwesen ich kann auch gerne mal meine maus anschließen einmal einmal aber darum spielt immer so man hört es halt einfach richtig laut man kann jetzt zum beispiel da auch kein auf gegenstanden nach gelobt sei die tomate das hundert mal abspielen du machst du das so tut ob ich gut mit tastatur bin ja in minecraft schon nein minecraft in minecraft bin ja auch das war so doof der hat mal seine eipzig games account daten geben ja ich weiß jetzt ohne spaß aber ich wurde erst in der land weißt du was du machen kannst wenn er nicht zurückgegeben hat kannst du vielleicht in meinem kind zurückgehen ich verkauf seine deutschen skins und dann kauf die bett bei stufen dann habe ich so richtig verschwindungen aber ich werde es nicht machen ich bin ja ein mobber ja ich bin ja im objekt eines skins im musee dann wieder zu ebisch james zu müssen ist ja mobbing warum gehen zu viele zu mir das verstehen weil da hinten gegner sind und da da hinten ist da hinten gehe ich auf jeden fall nicht das sind gegner kann jemand kommen gegner flügelmann starter paket ich bin schon drin in ihrer base habe ich habe nicht um die wirken ich brauche Hilfe kann mich jemand retten ich hab 5 HP da oben ist einer auf dem dach kann ich sehen Kann ich die Waffe da haben, Lorenz? Lass mich bitte etwas haben. Lorenz, ich hab gar nichts. Ich muss zum Dominik. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Kleiner Bissar. Hast du vielleicht Munition für Stummgäger? Munition für Stummgäger. Ja, nicht viel. Alter, ich hab 21. Ja, warte, bekommst du die Hälfte. Und Pump-Muni brauch ich auch, ich hab null. Weil du mir jetzt hier am Anfang weggenommen hast. Da hinten liegt die Munition. Oh mein Gott, wie viel Aschen. So weit. Hm, AC4. Mit dem wollt ihr uns ja killen, dieser kleine Bastard. Das hängt einfach auf. Man will einfach nur mal spielen und dann kommen wir zu Leuten und kill meinen Freund. Ja, was sollen sie machen? Ihr habt die neue Schneider. Warten! Hm. Ja, was ist? Ja. Danke. Ihr heißt, ihr heißt die Itch Lorenz, aber... Ja, ich bin auch auf Tirol einfach. Ich bin den Namen lustig. Bitte Tirol, nicht Tirole. Das ist eine Beleidigung für meine Intelligenz. Soll ich aber was sagen? Ihr habt die Neusten einfach. Ey, ich bin von Isa, in Risky Reels kann man einen Film schauen, gell? Ja. Also... Ja, echt, ich schwöre. Ja, wir haben das zu geil. 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 Ja, das war so geil. Ey, aber wirklich, ich... Das, was ich im Chat meinte, mit dem... Die bringen, ähm... Also die fixen etwas und bringen neues Problem rein. Ja. Das ist... Es ging das einfach. Stimmt. Weil jetzt ist das mit dem, äh, Roadtrip-Trader... Nee, nee, man bekommt den schon, wenn man 7 Herausforderungen macht. Deswegen, ja. Die haben jetzt wieder das mit neuen Herausforderungen da reingemacht, ne? Äh, ach ja, Taxi-Service da, ne? Ich kann ein Mini-Schildisch oder etwas zum Hebeln machen. Neun Dinger reingemacht, haben die da reingeknotzt. Und dann am Ende guckt, nur das ist raus, so. Wer will halber automatische Sniper haben? Ich. Die liegt da bei mir. Ganz unten bei Wilma. Ja, ich kann da nicht hin. Ich muss... eher... Ich habe mir... Ich muss... ... ich muss... will das full Wow. Wir haben... ...geklang, komm, komm, mal. jetzt kannst kannst du zu mir kommen mit dem kann aber er redet nicht mit mir oder um liegt was blaue nein ihr habt keine schuld an ihr habt keine und wo liegt jetzt der kanadwerfer den sollte ich doch nehmen wusste ja den habe ich das gesagt du gibst für den kanadwerfer ja gleich nach der runde und noch die munition alt haben okay wo ist er da und warum kommt er um 10 uhr und warum kommt er um 10 uhr ich kann auch golf spielen macht den ball so richtig hoch was auf großen fuße wir sind die einzelnen haben keine hat sich das gekauft ich hab sie noch so mein gott und 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 oh mein 321 hat fand ich warte noch einmal ok 321 das sind ja zwei alle werden wir bekommen zu fix tun schon die könnten ja okay das denn ich glaube das brauchst du so besucht es leute es ist dann wenn ich da wenn ja ist das luis bleibt stehen bleibt stehen wie alt ist das ja war Oh Oh driften Du kannst aber gut fahren Mach bitte Ja, ich will Ja, hallo Hallo Alexa, hallo Ist der da? Ja, ist der Was? Das ist mein Freund Der heißt Alexa Okay, Lutrop, geil Warte Ich muss das Karte fertig spielen Ich kann die bisschen zuschauen, wenn du magst Und Was? Ja, hol dir den Hol dir den Bolstern Okay Okay, 34 Äh, na 31 Gegner nur Schau mal Ich kann das sogar theoretisch an dem Salto machen Schau mal Brauchst du das? Ja, schon eigentlich Schau mal, schau mal Ey Okay, warte Ich höre dich auch nur so Ja, ja, ja Blut dropy Blut dropy Bröder deine kommt zu dir um 10 Uhr Deine kommt zu dir um 10 Uhr Komm mal druch runter weckerte Oder? Der Oh mein Gott Nein, ich hab ferngelenkt nur mit Hättenwerfer. Oh nein! Mann, ihr macht den mit ferngelenkt nur mit Hättenwerfer. Na, nicht jetzt, Alter. Der ist so One-Shot. Der Ninja ist so One-Shot. Oh mein Gott! Schau dir, der ist da, der finisht mich. Komm rein. Da, okay, finis. Habt ein... Live finischen? Vercheckt, wir kommen. Ja, ich werd gehielt. Ja, tschau. V-Buch. Alter, er braucht nicht. Obwohl nicht. Meinst du nicht? Ja, brav. Wir spülen noch eine Runde. Ja, wir spülen noch eine Runde. So, und dann schalte ich aus. Ich spüle noch eine Runde und dann schalte ich aus. Glaub ich. Vielleicht auch nicht. Aber ich weiß nicht. Dominik? Ja, Gerhard Franz von Lorenz kommt einfach um 10 Uhr. Schlafen noch immer manche. Voll dumm. Weil um 10 Uhr schlafen schon manche. Schlafen noch immer manche. Und der kommt einfach. Okay. Genau. Ja. Ich habe einen grünen Shotgun und einen grauer Herd. Dominik? Ich kann die Liste hören. Es sind keine Gegner oder was? Bei mir ist irgendjemand unten gewesen. In das Haus, da ist einfach kein Einstieg. Entschuldigung, Entschuldigung. Soll ich kommen oder? Kriegst du denn? Hier ist er. Er guckt nicht. Er guckt nicht. Er guckt nicht. Ey, lass ihn bitte. Ich gehe. Etcher. Tanzt, tanzt, tanzt. Tanzt doch. Er hat nichts. Ich habe ein Minischildes für Dominik. Hier. Und er hat keinen Schuss getroffen, Alter. Ich habe ein Minischildes für dich. Ja. Ich nehme ein Minischildes mit. Ich nehme ein Minischildes mit. Ich habe 5. 5, 5, 5. Wo? 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 Ah, da oben ist er. Hä? Ja nicht. Ach. Hab den. Da war so One-Shot. Wir haben ihn genau einmal getroffen und der war down. Komm, ich gebe dir vier. Ey, hier ist ungelootet. Kommt jemand? Fünf. Ja, da ist es ungelootet. Jo, ist ungelootet. Ja, echt. Da unten ist auch. Ja. Das war's so gut. Der Der Ja, danke. Habt ihr mal feucht geschossen? Ja, persönlich. Okay, geh mal Richtung, so nutzig und tiltet. Da ist die Nacktion sicher auf. Okay, wirfts. Immer so. Oh. 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 Ja, aber nun ist das aber noch nicht. Da ist noch eine. fliegen wir mit drift zu töten so auf dem berg da oder fußballstand da ist noch eins wenn du das nicht schafft ich bin mal durchgebracht hoffentlich war ein fußballstadion keine warum hat es keinen wuch genommen und da waren schon gegner ihr habt ja mal das lutet es ist da gerade passiert das war eine schüssel des weiters mitten ich glaube der ist noch kleiner geworden das hat sich das war nicht ich glaube dass keiner jetzt rift benutzen das waren etwas bei dominik sind welche ja dominik du bist halt so weit weg von wo wurde gesnipet oder du bist stehen geblieben oder was habe ich war das ist so ein sicher sicher was ich bin die 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 das Wir haben ihm nicht einmal Damage gegeben! Wir haben die Karte geöffnet.